Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat & Great. Heute gibt es das Feuerplatten 101. Feuerplatten Basics der Allrounder, in dem ich euch zeige, was man alles mit einer Feuerplatte machen kann, was man dafür braucht und wir werden heute wirklich alles einmal auf der Feuerplatte zubereiten. Vom gegrillten Steak bis hin zum fertigen Salat und dazwischen gibt es Burger, Burger Buns, Brot, Scampis, Gemüse etc. Kartoffeln, alles was man sich nur vorstellen kann. Und das mache ich heute nicht alleine, denn das könnte ich wahrscheinlich alles gar nicht essen, aber zu zweit kriegen wir das hin. Richtig, stell dich gerne einmal vor. Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Paul vom YouTube-Kanal PaschaTV. Ich mache auch hauptsächlich Koch- und Grillvideos. Und was Interessante heute ist, ich bin kompletter Neuling beim Thema Feuerplatte. Joschre ist Experte und ich bin sozusagen wie noch Zubi heute so ein bisschen und schaue mir das Ganze an. Aber vom ersten Eindruck richtig brutal und ich liebe allgemein Koch mit Feuer. Also eigentlich genau das Richtige für mich. Perfekt. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß, genauso viel wie uns. Viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Wie ihr das von meinen Videos gewohnt seid, findet ihr auch hier wieder unten in der Zeitleiste in Timestamps die verschiedenen Kapitel unterteilt, um immer dahin zu springen, was euch gerade besonders interessiert. Und wir fangen strukturiert an mit so ein bisschen Zubehör. Was brauche ich für so eine Feuerplatte, um all das, was wir nachher machen, auch zu machen. Natürlich sind das alles keine Must-Haves in dem Sinne. Denn wenn ihr zum Beispiel sagt, Smash-Potatoes mache ich nicht, fällt vielleicht das ein oder andere davon weg. Oder wenn ihr sagt, ein Steak grille ich nicht, dann fällt vielleicht auch dafür das ein oder andere weg. Aber wenn ihr das, was wir heute alles machen, machen wollt, dann sind das die folgenden Zubehörteile, die ihr dafür brauchen würdet. Wir werden gleich die Feuerplatte, das ist eine unserer ersten, unserer Prototypen. Die liegt relativ lange jetzt einfach draußen, dafür ist sie sehr wenig verrostet. Aber sie ist trotzdem noch vom letzten Grillen so ein bisschen versaut. Das ist bei einer Feuerplatte häufig so, außer ihr macht die danach nochmal sauber. Macht man in der Regel aber nicht, wenn jetzt schon ein, zwei Uhr nachts ist, macht man nicht noch mal ein großes Feuer, um die hochzuheizen und abzuschaben. Ich mache es also immer vor dem nächsten Grillen, weil das Feuer müssen wir eh machen, einbrennen müssen wir eh. Und dann werden wir jetzt hier mit so einem Spachtel einmal die Feuerplatte abschaben. Der unterscheidet sich maßgeblich von einem solchen Wender. So ein Wender hier, der ist praktisch, um nachher Burger zu wenden, irgendwie Bratkartoffeln zu wenden und so weiter. Aber das Teil hier, damit können wir wirklich richtig kratzen und einfach den ganzen Schmodder hier ins Feuer rein. Das ist das Schöne bei einer Feuerplatte und dann ist das weg. Hiermit haben wir aber auch schon die zweiten Zubehörteile, die wir benötigen. Das sind Wender, da gibt es verschiedene. Hier haben wir so einen langen, hier haben wir einen etwas kürzeren. Das ist einfach ein bisschen Geschmackssache und kommt auch darauf an. Wenn ich jetzt sehr, sehr viel habe, dann nehme ich immer gerne so ein. Wenn ich jetzt kleinere Sachen habe, ist der ein bisschen handlicher. Was hier auch dabei ist, für viele Relevantflaschenöffner. Das sollte man auch irgendwo zumindest dabei haben. Dann haben wir gleich für Steak auch noch eine Grillzange. Das hier ist für eine Feuerplatte auf jeden Fall sinnvoller als eine Grillzange. Aber gerade wenn ich jetzt gleich auch mit einem kleinen Rosten ermittele oder ich kann ja auch nur mit der Feuertonne selber mit einem Rosten Steak grillen, dann ist so eine Grillzange auf jeden Fall Gold wert. Ja, dann haben wir einen Kernthermometer. Für Steak natürlich ganz wichtig, aber generell für alles, wo man so in der Regel immer angeschnitten hat. Früher so mal gucken, so anschneiden. Ist das jetzt in der Mitte noch roh oder ist das schon durch? Wir haben gerade noch einen Schaschlik gemacht, den wollte ich auch anschneiden. Da kam Joscha direkt mit seinem Steakthermometer. Ist auf jeden Fall praktisch. Kann man nichts falsch machen und ist quasi auch mit Gelingen-Garantie dann eigentlich. Und den Gästen fällt das nicht auf, wenn da so ein kleines Loch drin ist. Wenn die aber immer so ein zerfellertes Steak bekommen, weil man es so ein paar Mal reingeschnitten hat, ist das blöd. Also so ein Einstichthermometer ist hierfür perfekt. Ich würde auch so eins empfehlen, kein kabelgebundenes, weil das kann ich nirgendwo dran machen. Und ich kann ja hier eigentlich nur flach grillen, in Anführungszeichen, beziehungsweise flach braten. Und dann gucke ich eh immer interaktiv die ganze Zeit nach. Das ist ja das Schöne hier so am Grillen draußen beim Feuer. Deswegen dann so ein Thermometer. Das lege ich aber auch nicht da drauf. Das kommt zurück auf den Tisch. Weil Feuerplatte ist heiß, deswegen brauchen wir auch Grillhandschuhe, entweder aus Stoff oder aus Leder. Die hier halten bis 500 Grad Celsius aus. Damit haben wir sogar gerade Kohle angefasst. Da mache ich schon so ein bisschen... Das schaffen Handschuhe in der Regel nicht so lange. Das ist immer Temperatur mal Zeit. Je länger ich etwas anfasse, was heißer ist, desto kürzer halten die Handschuhe das natürlich aus. Deswegen jetzt hier am Rand ist tatsächlich auch so, jetzt momentan geht es sowieso noch. Aber auch wenn wir das Feuer gleich nochmal richtig groß entfachen, merkst du, da wird es schon richtig heiß. Also in der Mitte ist es schon echt heiß, aber hier ist es ein gewaltiger Unterschied. Von der Mitte bis zum Rand. Genau. Und das machen wir uns gleich zunutze. Wenn wir jetzt gleich verschiedene Sachen grillen, grillen wir die in verschiedenen Temperaturzonen. Holz natürlich, keine Frage, müssen wir immer wieder nachlegen. Und wir brauchen Holzscheite, die nicht zu dick sind, weil die müssen natürlich hier durchpassen. Und Standard sind hier solche 20 Zentimeter Lochaussparungen. Weil wenn die größer sind, haben wir das Problem, wir verlieren Grillfläche. Gerade auch in dem Bereich, wo es so heiß ist. Was jetzt meine Frage direkt wäre. Gerne. Bei vielen Grills kann man ja entweder nur mit Holz oder nur mit Holz-Kohle grillen. Ist hier beides möglich oder sagst du wirklich nur Holz? Nein, hier geht tatsächlich beides, weil du hast ja innen drin extra diese abgekoppelte Kohlewanne. Kohlewanne, wo du halt entweder die etwas niedriger machen kannst für Holz oder etwas höher dann für Kohle. Kohle wird nicht ganz so heiß wie ein Holzfeuer. Holzfeuer kann bis zu 800 Grad Celsius erreichen. Mit Kohle, mit guter Kohle hast du so 500, 600 Grad maximal. Und wenn das dann näher an der Platte ist, funktioniert das genauso gut. Was bei anderen Feuertonnen, wo das nicht verstellbar ist, meistens nicht möglich ist. Deswegen geht das. Und du kannst ja auch die Feuerplatte runter machen und den normalen Rost einsetzen. Oder die Schaschlik-Spieße drauf machen und dann auch das Teil eben in verschiedenen Höhen positionieren. Und wenn du jetzt sagst, du willst einfach nur schönes Ambientefeuer haben, machst du das auf die niedrigste Stufe. Schönes Feuer drin, kommt oben raus, aber du siehst auch unten durch dieses B-Logo das Feuer durchlodern. Das ist natürlich geiler als Ambientefeuer. Das ist auf jeden Fall mega praktisch. Es kommt ja nicht jeder an Holz immer ran. Kohle ist auf jeden Fall viel zugänglicher. Aber ich bin persönlich auch Team Holz, weil es einfach Spaß macht, da was heimzuwerfen. Auf jeden Fall. Das Feuer knistert, es lodert. Darf ich dir gerne in die Hand geben, weil wir brauchen ein bisschen was. Kommt direkt rein. Kommt den kleinen auch noch. So, genau. Noch mehr, oder? Nö, erstmal reicht das. Wir haben ja noch ein bisschen was zu labern. Also meine Videos ja für bekannt. Ja. Aber ich versuche immer so viel Mehrwert wie möglich. Aber wie ist das beim Einbrennen? Einfach richtig aufheizen? Oder muss man eigentlich langsam zu stark aufheizen? Oder ist scheißegal, sag ich mal? Bei dem Material vollkommen egal. Ja, einfach reinhauen, darf ruhig heiß werden und... Einfach, richtig. Volle Polo hochheizen. Du wirst beim ersten Mal sehen, ich habe ja eben dir gerade schon gesagt, ja, wir müssen die Platte einmal umdrehen, weil die wird sich in diese Richtung wölben. Das weißt du dann mit der Zeit. Aber beim ersten Mal kann es sein, dass die sich nach oben wölbt. Dann musst du die einmal umdrehen. Dann wird das Fett da reinläuft quasi. Korrekt. Wenn die sich direkt nach unten wölbt, perfekt. Weil du willst ja nachher nicht das Fett auf den Schuhen haben, sondern willst es da im Feuer drin haben. Und das ist auch das Geile, weil du kannst wirklich alles einfach in das Feuer reinschieben. Es verbrennt, es weg und stört dich halt nicht mehr. Also total entspanntes Grillen, Schrägstrich braten. Was mir jetzt auch da einfällt, als erster Vorteil, wenn man jetzt fettiges Fleisch hat oder auch sowas wie fettiges Steak, Wagyu oder Sonstiges, da hat man ja kein Fettbehand. Genau. Also keinen wirklichen Fettbehand, weil das Fett läuft ja quasi rein. Korrekt. Aber das Fleisch wird dadurch nicht geschädigt oder Sonstiges. Das ist richtig. Du hast nicht diesen rußigen Geschmack nachher durch zu viel Flammen. Wenn du sehr fettiges Fleisch wie Wagyu hast, da sprichst du schon genau den Idealfall an. Du kannst aber natürlich zum Beispiel flambieren. Und es kann natürlich auch passieren, wenn du sehr viel Fett überall hast, dass die Flammen hier hochkommen auf die Platte. Das kriegst du aber durch die Verteilung sehr gut unter Kontrolle. Und mit dem Flambieren kannst du dir das auch zunutze machen. Okay. Ja, das ist dann quasi Übungssache und vom Gölnmeister. Genau. Können wir auch gleich mal probieren. Vielleicht haben wir was zum Flambieren da. Ja, als nächstes brauchen wir für unser Equipment etwas Öl. Oder Fettrennspray. Wer meine Videos kennt, weiß, ich bin ein Fan hiervon, weil es super praktisch ist. Bei einer Feuerplatte kann ich aber auch ganz ehrlich sagen, Öl ist nicht viel weniger praktisch, weil hier kann ich wirklich gut mit einem Zeber arbeiten. Bei einem Rost ist das schwierig mit einem Zeber, weil ich das Problem habe, vor allem bei einem Gussrost, der ist etwas rau. Da bleibt das Zeber immer so hängen, hast du Flusen am Rost. Oder nimmst du eine Zwiebel, aber jedes Mal eine Zwiebel verschwenden, nur um den Rost einzufetten, ist doof. Deswegen bin ich Team Fettrennspray. Aber Olivenöl geht jetzt hier mit einem Zeber auch ganz gut. Wunderbar. Ich würde einmal anfangen, dann darfst du dich gerne auch einmal probieren. Also am Anfang werden wir jetzt hier alles einmal einfach ins Feuer. Ja, genau. Sieht man direkt, was da runterkommt. Die waren ein bisschen länger nicht in Benutzung. Sieht man ganz gut, also der ganze Schmock hier. Einfach weg damit. Und je heißer die Feuerplatte ist, desto besser geht das runter. Und das schaden wir jetzt, das ist wirklich jetzt wie eine Grundreinigung von der Platte. Das ist eigentlich cool mal das so zu sehen, weil das ist richtig authentisch. Das sieht man normalerweise auf YouTube so nicht, aber ich könnte wetten, 90 Prozent der Leute, die eine Feuerplatte haben, kennen genau das. Ja, man kennt das ja auch, wenn man mit den Jungs grillt oder mit den Mädels, wie auch immer. Genau. Oder vielleicht ein paar Dürchen getrunken hat, lange gegrillt hat. Ja. Da hat man euch immer direkt Bock, das alles sauber zu machen. Wie du gerade schon sagtest, vielleicht ist es dann mal drei, vier Uhr morgens und dann ist das quasi öfters auch der Zustand, ne? Genau, richtig. Du siehst ja die Verfärbung jetzt hier von der Platte. Ja. Das ist ein sogenannter Feinkornbaustahl. Der ist ideal für Feuerplatten. Die meisten bestehen da draus. Und der verfärbt sich mit der Zeit. Und das ist wie bei einem Rost, egal ob jetzt ein Gussrost, Edelstahlrost, ne? Im Grillbereich kriegt alles mit der Zeit so eine Patina. Manche sagen, das gibt Geschmack. Objektiv muss man sagen, das gibt keinen extra Geschmack. Aber es bringt auf jeden Fall mit der Zeit immer mehr so eine Antihaftbeschichtung mit sich. Also ich bin tatsächlich auch einer. Ja. Ich finde zum Beispiel, jedes Grillgerät, also ich selber habe einen Kazan, wer das kennt, auch einen Tandor. Und Essen aus dem Kazan schmeckt speziell. Essen aus dem Tandor schmeckt speziell. Und vielleicht schmeckst du von der Feuerplatte auch irgendwie speziell. Ja, ich bin gespannt, was du sagst. Mit dem Öl ziehen wir jetzt hier so eine Bahn außenrum lang. Direkt nächste Frage. Ich habe heute viele Fragen. Ist es egal, welches Öl? Oder hast du da Vorlieben, Favoriten, Sonstiges? Also beim Frittieren und so weiter ist tatsächlich der Rauchpunkt relevant. Also wie beim Kazan ähnlich? Ja, genau. Zum Einbrennen ist es aber eigentlich egal. Weil beim Einbrennen, das Öl bleibt nachher gar kein Öl, sondern es bildet sich letztendlich eine Polymerstruktur, die sich in diese kleinen Kratzer hier reinsetzt. Und das ist physikalisch gesehen kein Öl mehr. Und deswegen ist es egal, ob das jetzt noch Pflanzenbestandteile beinhaltet hat oder nicht. Die sind eh weg. Okay. So, und wir gehen jetzt einfach mit dem Zeber hier hin. Also Kurzfassung, Hauptsache Öl. Korrekt. Ja, außen wird ja auch langsam warm. Ja. Aber außen kann man auch für den Rest der Zeit immer noch mal kurz anfassen. Irgendwann nicht mehr lange, aber zumindest kurz. Ist quasi auch dann wahrscheinlich gut zum Warmhalten dann. Auf jeden Fall. Perfekt. Innen grillen, außen warm halten. Verschiedene Garstufen kann man sich da fertig machen. Richtig. Und jetzt siehst du auch mit dem Öl, wie das noch sauberer wird. Wir wischen damit jetzt noch mal einiges auch an Dreck jetzt hier weg. Und das ist so die finale Reinigung. Und wenn man den gut sauber macht, dann reicht das eigentlich in der Regel auch immer wieder aus. Er ist auch extrem heiß. Das heißt, die Hitze ist auch irgendwo antibakteriell. Korrekt. Ja, machen wir ein Steak Sandwich. Also wir haben hier noch ein bisschen Roast Beef. Das ist halbiert, weil das jetzt übergeblieben ist von einem Grillseminar, was wir heute hatten. Da kriegt jeder quasi ein halbes Roast Beef, weil das wurde noch getoppt. Wir hatten so Surf and Turf. Das heißt, da kamen noch Meeresfrüchte drauf, ein bisschen Bacon und so weiter. Also da wurde ein komplettes Gericht draus gemacht. Deswegen halbes Roast Beef pro Person. Davon haben wir jetzt noch die Hälfte über. Ich würde sagen, da machen wir kleine Steaks draus. Die grillen wir einmal auf der Feuerplatte. Vielleicht machen wir auch den kleinen Rost rein, dass man die wirklich einmal grillen kann. Weil ich höre schon die Kommentare. Gute Vergleich sehen auch, ne? Genau, ich höre schon die Kommentare, weil die Leute sagen, Feuerplatte ist kein Grillen. Das ist nicht über offenem Feuer, weil du legst es ja hier drauf. Das ist ja eine Platte, also das ist eher wie Braten. Wie Planscher auch so ein bisschen, ne? Trotzdem mit offenem Feuer. Also das wirst du ja auch hören, weil Kazan ist ja auch im offenen Feuer. Aber es kommt ja das Feuer auch nicht ans Essen ran. Genau, da hast du immer so diese Leute, die dann da immer so ein bisschen päpstlicher sind als der Papst. Deswegen machen wir auch ein Steak auf dem Rost wirklich, dass man zeigen kann, man kann hiermit auch wirklich grillen. Ein paar auf der Platte und dann machen wir gleich das Brot. Das werden wir im äußeren Bereich schön anrösten. Und dann haben wir hier noch ein bisschen was vom Grillseminar an Soßen und so weiter, die übergeblieben sind. Machen geile Steaks. Und Leute, ich sage mal ganz ehrlich und ganz fair, ob es besser schmeckt auf der Platte, auf dem Feuer oder ob es überhaupt gar keinen Unterschied macht. Fände ich geil. Machen wir. Ja, so Leute, ich habe die Ehre. Das erste Steak ist hier in der Zange und wir nutzen hier diesen Fettdeckel, um die ganze Feuerplatte, beziehungsweise einen großen Teil der Feuerplatte damit einzuhalten, damit es auch nicht festbrennt. Richtig? Korrekt, genau. Wir haben sie ja schon eingeölt, aber diese Ölschicht, die wir jetzt drauf haben, ist ja jetzt wieder eingebrannt. Und um jetzt nochmal ein bisschen was einzufetten, können wir jetzt das Eigenfett vom Fleisch nehmen. Das heißt, es verfälscht nicht das Aroma, gibt nochmal ein bisschen Geschmack und der Fettdeckel wird natürlich auch direkt schon mal mit angebraten. Also ich dachte mir einfach, Steak muss möglichst heiß gegrillt werden, damit es nicht zäh wird oder sonst nicht. Ist deswegen schön ab in die Mitte. Eigentlich ist das ja ein relativ geradliniger Temperaturverlauf. Richtig heiß und es wird immer weniger, 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 weniger. Und man kann es so in drei Temperaturzonen einteilen. Physikalisch gesehen gibt es das natürlich nicht. So, legen wir mal den Fettdeckel so hier in Richtung Flammen. Man sieht, die lassen auch richtig schön Saft und werden halt in diesem Saft gebraten auch, was eigentlich egal ist, wenn man draufsteht. Genau, und wenn es richtig heiß ist, dann ist halt auch bei gutem Fleisch so, dass nicht zu viel Flüssigkeit austritt, sondern eher Fett. Genau, im Optimalfall. Korrekt. Wenn der Fettdeckel jetzt so ein bisschen angeschmolzen ist, drehe ich den um. Das ist jetzt so ein bisschen perfektionistisch, aber jetzt läuft halt dieses angeschmolzene Fett vom Fettdeckel quasi hier lang runter, unterm Fleisch, neben dem Fleisch. Und der Fettdeckel schmilzt fast über das Fleisch hinweg, obwohl er ja nicht da drüber ist. Also Leute, so mein erster Eindruck, es ist ja im Prinzip nur Braten, irgendwie wie in der Pfanne auch, aber es macht viel mehr Bock. Weil irgendwie, man hat so ein großes Teil, man kann ganz bequem so zwei Teile dran grillen. Es können auch noch zwei weitere Leute dazukommen oder drei. Und macht einfach Bock vom ersten Eindruck jetzt. Das wird auch, glaube ich, so bleiben. So, ich glaube, du kannst gleich mal gucken, wie es da drunter aussieht. Ich glaube, dann bist du ziemlich überzeugt davon, wie heiß diese Feuerplatte bei so kleinem Feuerchen ist. Okay. Man sieht jetzt nach vielleicht einer Minute oder so. Ja, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, perfekte Rüstung schon. Mega. Hammer, ehrlich. Da kannst du ein bisschen mal andrücken, weil der wölbt sich so ein bisschen. Dann hat er nicht so Kontakt zur Platte. Und je besser der Kontakt zur Platte ist, ja genau, das ist das Zischen. Dann merkt man das, ne? Genau, das ist immer wichtig. Sobald man mit einer Plansche oder einer Feuerplatte arbeitet, immer draufdrücken. Die Leute haben manchmal Angst, dass man so die Flüssigkeit aus dem Fleisch rausdrückt, aber es ist Schwachsinn. Passiert nicht, ne? Die braucht wirklich Kontakt für die Maillardreaktion, dass das richtig schön Röstaromen bekommt. Also heute lerne ich auf jeden Fall einige Fachwörter. Schon drei Wörter gehört, die ich sonst noch nirgendwo gehört habe. Ich glaube, wir blenden die unten so ein als Erklärung. Sieht aber okay aus. Sonst wird es an den anderen Stellen vielleicht sogar zu dunkel. Machen wir noch zehn Sekunden. Perfekt. Tatsächlich, wenn du sagst, du hast noch nie an der Feuerplatte gearbeitet, dann Chapeau. Joshua sagte gerade auch Surf and Turf. Ja. Ist ja Fleisch mit Niedersfrüchten. Korrekt, genau. Irgendwas Bestimmtes oder ist das so ein allgemeiner Begriff? Das ist ein allgemeiner Begriff für diese Kombination daraus. Fleisch plus Fisch. Ja, du kannst halt supergeile, ja nicht nur Fisch, sondern halt auch Scampis etc. Seafood. Genau, oder ein Oktopus und so weiter. Du kannst so geile Kombinationen daraus machen, wenn man das mag. Also habe ich oft gehört, aber hörst du irgendwo ein bisschen pervers an vielleicht? Ja, machen wir heute tatsächlich, weil das hier ist so eine Art Garnelenkräuterbutter. Ah, okay. Und das wird gleich nochmal diesen Geschmack geben, das alleine ist, das in Kombi ist schon Surf and Turf. Ja, aber eigentlich auch so, du sagst jetzt Billigbrot, aber an sich ist das schon so eine feine Speise, die wir essen. Ja. Meeresfrüchte, edles Steak, Wagyu-Butter. Nicht ganz so fein wie bei den Grillseminaren, aber es ist jetzt quasi Resteverwertung hier für das Video. Wollen wir nochmal hier kurz das Brot zeigen. Also schön angeröstet. Und jetzt ist das auch richtig schön wie aufgebacken, wenn man hier drauf drückt. Das war eben so ein bisschen trocken, weil das sind auch Reste, die liegen auch schon den ganzen Tag heute draußen. Fact. So, und auch vom Bratenrand, Hammer, oder? Also hier würde ich sagen, fast kein Bratenrand. Hier vielleicht minimal zu erkennen. Ja, aber meckern auf ganz hohe Niede. Ja, das kann man nicht gelten lassen. Und wenn wir überlegen, wir haben es ja gar nicht mal ruhen lassen. Ist jetzt direkt von der Feuerplatte runter. Ich verbrenne mir sogar fast die Finger. Ist eigentlich auch sehr wenig Safthaus, wenn man überlegt so. Richtig. Ist einfach ein sehr gutes Fleisch, sehr gut zubereitet. Und dieses, ja, nochmal ruhen lassen, da muss ich nochmal ein extra Video drüber machen. Ich finde es krass, dass es trotzdem schon irgendwie salzig ist. Ja, ne? So ein bisschen, also nicht wirklich salzig, aber einfach so geschmacksintensiv. Ist trotzdem schon dieses Umami-Flavor, ne? Also dieses vollmundige bei diesem Steak. Das finde ich auch sehr, sehr geil. Bei hoher Fleischqualität hast du das sehr oft. Und ganz ehrlich, ich bin den Fettdeckel sogar mit am besten. Ja, hat auch, transportiert ja auch den Geschmack extrem gut, ne? Man kann die auch, wenn man die wendet, einmal so in diese Richtung mal von der Flamme weg oder hindrehen, ne? Dass man die schön gleichmäßig hat. Das ist immer so der innere Monk in mir, der das machen will. Ob das nachher wirklich einen Vorteil bringt? Kenne ich. Na, sind wir mal ganz ehrlich, so. Weiß ich auch nicht. So, wir dürfen nicht zu viel essen, weil wir wollen das Steak ja noch belegen. Was ich noch zum Fleisch sagen kann, vielleicht interessiert es den einen oder anderen, obwohl da kein Saft rauskommt oder relativ wenig, ist es trotzdem saftig. Also der Saft ist ja da, nur der ist da drin, wo er auch sein soll und nicht in allen Richtungen verteilt. Obwohl wir eigentlich alles falsch machen, ne? Wir haben auf das Steak draufgedrückt, wir haben es direkt nach dem Grillen angeschnitten, ohne es ruhen zu lassen und so weiter, ne? Ja, aber ganz ehrlich, so Leute, die viel Ahnung haben, die ich mir auch angucke auf YouTube oder so, die sagen auch, wenn du ein gutes Fleisch hast, kannst du es eigentlich gar nicht verkacken. Das ist richtig. Dieses Draufdrücken ist auch eigentlich immer eine Schande, aber fürs Video muss man es machen. Dann nehmen wir ein bisschen was hier von unserer Butter. Also ich fühle mich danach, das einfach so ein bisschen damit zu verteilen, damit das auch so ins Brote eingeht. Weißt du was, das will ich dir nicht nehmen. Was? Egal. Aber dann machen wir auf die Oberseite auch, oder? Ja. Dann würde ich sagen, wir brauchen gar kein zusätzliches Salz für das Steak, oder? Wir nehmen das, legen das Steak jetzt hier schön drauf. Und das Ganze ist einfach wie so ein Spielzeug für Erwachsene. Ja, ist so, ne? So, einmal verheiraten. Das wäre unser Steak-Sandwich. Ich schneide es an und dann zeige ich es dir sofort. Für mich das erste Mal Surfen Turf oder Surfen Turf? Turf, genau. Surfen Turf. Also passt komplett, ist hauchig, saftig und das verschmilzt irgendwie. Also ist jetzt nicht so wie Fisch und Fleisch, sondern was Eigenes, was sich zusammen zu einem was Neuem kreiert. Wo es ja jetzt so eine Resteverwertung ist. Wenn man so sagen darf, ne? Was sagst du geschmacklich? Ist das dein Fall? Ja, kann man machen. Also kann man machen. Fällt es vielleicht so ein bisschen low an. Ist gut. Sag ich auch immer. Wenn jetzt was gut ist, sag ich auch immer, kann man machen. Und ich habe schon fast aufgegessen, also so schlecht kann es nicht sein. Also der Mann hier, der hat mich den ganzen Tag heiß auf seinen Burger gemacht. Und ich werde wirklich knallhart und kritisch bewerten. Ich habe auch, also ich will jetzt nicht so groß reden, aber ich habe schon relativ viel Ahnung von Burger, habe auch viele Burger gegessen und wir schauen mal. Ja. Ich setze natürlich jetzt die Erwartungen sehr hoch, also sei wirklich fair, jetzt nicht denken, das ist mit, keine Ahnung, zehnfachem Abstand der beste Burger der Welt. Aber es ist der beste Burger. Also die Burgerbands, die wir haben, darfst du gerne einmal nehmen. Die sind komplett tiefgefroren. Darfst du auch gerne gleich einmal aufschneiden. Und dann werden wir ein Stück Butter da drunter legen. Und werden die mit der Butter... Ist das so eine Art Brioche oder... Ja, nicht nur eine Art. Das ist so das geilste Brioche-Bun, was es gibt. Aber gerade das andere, ne? Curry? Burger, ja, ja, genau. Das sind so Curry-Buns von Adventure. Das hier sind Brioche-Buns quasi von uns. Die backen wir hier mit einem Bäcker aus unserem Ohr zusammen. Und diese Wagyu-Patties dabei mit den Brioche-Buns ist wirklich himmlisch. Gurkenhaft, sage ich mal. Ein bisschen so säurelastig. Genau, säurelastig. So wie eingelegte Gurken, wenn man die selber mixt, die Big Mac-Soße so in die Richtung. Ja, für einen Burger so ein bisschen brauchst du das auch. Ich will es aber nicht zu sauer haben. Unsere ist nicht ganz so säuerlich, weil es kommt noch eine Spezialzutat drauf. Die bringt nochmal so eine leichte Säurenote mit. Und es darf am Ende nicht zu sauer werden. Die gehen beide so in Richtung Big Mac-Soße, ne? Ja, genau. Die erste fand ich ein bisschen besser. Ja. Ein bisschen intensiver, aber... Wenn du die besser findest, nehmen wir die für dich. Muss ja nachher sagen, was gut ist. Ja. Ich sage trotzdem, ist leider nicht so passend zu dem Burger von der Harmonie wie unsere eigene, aber ist klar, die ist halt darauf angepasst. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Soßen schlechter sind als unsere, aber für den Burger ist halt unsere besser angepasst. Also ist auf jeden Fall eine Soße, die ich gut finde. Also damit hast du schon mal gute Chancen, keine Sorge. Okay, also ich habe gerade schon gesagt, Barbecue-Soße feiere ich halt nicht beim Burger. Ne, finde ich auch nicht. Und wir haben eben schon darüber geredet, ich habe mich geoutet. Ich finde, der McRib ist überbewertet. Du findest den ja von McDonalds sehr geil. Also ist natürlich kein krasser Burger, kann man nicht sagen, aber... Viele würden jetzt schon sagen, ja, also wenn du den gut findest, sag das lieber, sonst machst du dir viele Feinde, so wie ich. Also Mac ist an sich nicht krass, aber der hat trotzdem seine Daseinsberechtigung. Ja. Wenn man mal irgendwie nachts auf der Autobahn fährt, dann kriegt man Hunger. Darauf hat man sich nicht mehr Grip und irgendwie ist der geil, da kann man nichts gegen sagen. Ja, ist so. Ist absolut so. So, wir nehmen uns jetzt nochmal ein bisschen Wagyu-Fett für die Burger-Patties, weil es sind Wagyu-Burger. Das ist das Wagyu-Fett und zwar exakt dasselbe von diesen Rindern hier. Und das nehmen wir uns jetzt nochmal schön auf die Platte drauf. Also Leute, ich bin ja schon so in der Kochszene aktiv und probiere vieles aus, aber seitdem ich hier ein paar Mal war, habe ich echt ein paar Sachen gesehen und gelernt, die habe ich sonst von nirgendwo gesehen. Ja, das hört sich sehr gut an. So, wichtig ist, das sind Burger-Patties, die nicht so kompakt gepresst sind wie die klassischen, die man kennt. Die sind trotzdem relativ luftig und sehr locker und das ist genau das Gegenteil zu den momentan sehr beliebten Smashed-Burger, die so richtig Röstaromen haben. Der bedeutet dann Gasstufen-Burger. Ja, genau, richtig. Du kannst ihn auch medium essen. Wir können gleich mal gucken, wie du ihn gerne hättest. Trocken wird er so oder so nicht. Aber da können wir tatsächlich sogar bei so einem Fleisch sogar mit einem Kernthermometer nachgucken, auch wenn viele das zu verrückt halten. Aber wenn es perfekt werden soll, ist das gar nicht so verkehrt. Ich drehe die jetzt schon mal um, weil es hier heißer ist als hier. Also beim Burger würde ich tatsächlich durch mehr feiern. Aber wie du sagst, wir können ja einen so machen und einen so. Ja, okay, können wir ausprobieren, ob wir es auch hinkriegen, weil ich will ja ein bisschen was auch dabei erklären. Hier, die hast du schon aufgeschnitten, perfekt. Dann können wir die jetzt gleich einmal mit Butter auf die Platte legen. Ein bisschen schief geschnitten hast du sie hier tatsächlich, aber passt schon. Ja, das erste war dann besser. Sehr gut. Ganz normale Butter, dann nix. Das ist ganz normale Butter jetzt. Das ist jetzt kein Wagyu, kein spezielles irgendwas, nein. Ganz normale Butter, würde ich zu Hause auch empfehlen. Also man kann diesen Burger eins zu eins zu Hause auch so nachmachen, wie wir ihn hier machen. Man braucht nur ein bisschen Liebe fürs Detail. Das reicht schon hier. Quasi so ein Arbeiten mit dem Brötchen, oder? Ja, genau. Wir nehmen jetzt hier quasi die Butter, die wir jetzt hier haben. Ich gucke mir jetzt mal, wie du das machst. So, das ist fürs Nächste. Mhm. Beim Burger können wir schon mal hier wenden. Herrlich. Das ist schon sehr schön getroffen. Ja, ne? Ja, ne? Und wichtig ist auch bei denen, die dürfen nicht zu kross außen werden. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, weil die müssen fluffig bleiben. Ja. Wenn du zu viel Fett aus dem Burger rausbrätst, wird der zu trocken. Und bei einem Smashburger ist es nicht mehr wichtig, dass der besonders saftig ist. Da ist es wichtig, dass der besonders knusprig ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Kameramann das so aufbauen kann. Ja, ich glaube, es kann man auch nehmen. Aber die ganze Zeit permanent saftig ist das fast wie ein Wasserfall schon. Ja, das ist Wagyu. Das ist Wagyu. Ja, dürfen nicht zu dunkel werden. Ja. So schön golden meinst du, ne? Ja, genau. Das ist von der Patina quasi. So. Geht's zusammen. Hier gilt gleiches, sogar eigentlich noch mehr, wie jetzt bei dem Brot eben. Ja. Wir wollen, dass jetzt die Butter richtig schön durchzieht. Und die Burgerbands waren ja auch noch gefroren. Die Flüssigkeit, das zieht alles jetzt durch, wird aufgebacken. Bei einem Gasgrill mit Deckel reicht es vollkommen so, den Deckel zu schließen. Jetzt hier müssen wir uns so einer Glocke hier bedienen. So, einmal wenden. Das meine ich, wenn das Fett hochkommt mit den Flammen, da muss man so ein bisschen einfach sich mit arrangieren. Auf wie viel Grad gehst du da? Ja, das ist jetzt 58 Grad. Ja. Finde ich perfekt. Ja. Ja, also ich mag das so sehr, sehr gerne. Wir können es für dich aber auch noch ein bisschen mehr durchmachen. Je nachdem, wie du das möchtest. Ja, vielleicht eins in Richtung 60 plus. Okay. Und den einen können wir dann quasi schon mal unternehmen. Okay. So, ich stelle das schon mal kurz zur Seite. Darf nicht zu kalt werden natürlich. Die sehen schon sehr, sehr gut aus. Aber noch nicht ganz fertig. Also wir nehmen die Soße, die du lieber gemocht hast. Ja. Man kann so einen Burger unterschiedlich aufbauen. Wichtig ist, finde ich immer, auf der Unterseite so eine Mayo-basierende Soße drauf zu packen. Und auch nicht zu viel. Also das ist wirklich so das Höchste der Gefühle. Diese Mayo transportiert nochmal ordentlich Aromen. Ja, ist ja auch eine geschmacksintensivere Soße. Wie fettig magst du es? Weil wenn du jetzt siehst, was hier aus dem Burger noch rauskommt, das ist alles fett. Willst du das da drauf haben oder lieber abgießen? Mach, wie du es machen würdest. Also schon mit Fett. Ruf damit. Ja, das ist Geschmack. Das ist halt wirklich richtig, richtig geil. Und da kann man auch nicht sagen, dass dieses Burger-Fett hier in irgendeiner Form trocken wäre. So, jetzt kommen hier nochmal ein paar Zwiebeln obendrauf. Und das mache ich wirklich hier sehr, sehr dediziert. Das liebe ich auch beim Burger. Eingelegte Zwiebeln und eingelegte Gurken. Ist mega. Ja, entweder das eine oder das andere. Man darf es auch nicht zu sauer haben. Nee, nee, genau. Eins von beiden. Deswegen ist mir auch diese Soße jetzt gerade nicht so hundertprozentig recht. Weil die mir sogar fast ein Ticken zu sauer ist. Für das, was wir jetzt hier noch on top geben. So. Nehmen wir noch ein bisschen was von der Soße auf den Deckel. Dann siehst du richtig schön, wie der goldbraun mit der Butter geworden ist. Machen den Deckel zu. Und das ist dein Burger. Und der sieht schon so ein bisschen aus, wie aus einem amerikanischen Steakhouse oder aus einem Burgerladen. Sieht man, wie das tropft. Der tropft immer noch weiter, obwohl das Brot dem Saft aufhängt. Und fühlt sich so ein bisschen falsch an ohne Käse. Weil wie gesagt, ich bin übelst der Cheeseburger-Fan. Aber ich werde es ganz fair bewerten. Übrigens, kein Salz auf dem Fleisch. Kein Gewürz. Also das Fleisch hat schon mal keinen Widerstand. Was ich geil finde. Man kann einfach durchbeißen. Das Brot ist sehr weich, das Fleisch auch. Wie eine Wolke. Säure. Fleisch ist trotzdem intensiv. Ich muss noch mal rein. Und Leute, ganz ehrlich, ich will mich nicht einschleimen oder so. Aber der Käse fehlt mir nicht. Weil Käse hat halt extrem viel Fett. Und deswegen schmeckt es ja immer so geil. Aber hier ist vom Fleisch aus schon so viel Fett drin. Wie du schon gesagt hast, fehlt nicht. Ohne Scheiß. Ich stehe vor, da wäre jetzt Käse drauf. Ja. Würde es passen. Überladen wahrscheinlich. Ja, ne? Ja. Also viel mehr kann man nicht aus dem Burgerhaus holen. Ich weiß nicht, wie ist eine Punktebewertung? Wenn du das möchtest, gerne. Sagen wir so 8,5, 9 vielleicht. Irgendwo auf der Welt gibt es vielleicht einen besseren, klar. Aber ist ein Top-Teil. Spielt oben mit. Ist Hammer, ne? Also wir haben schon den ganzen Tag, den ganzen Tag gegessen. Schaschlik, Kazan, Garda-Sandwich. Da vorne noch so ein paar Kleinigkeiten. Aber ich kann den Gott trotzdem übelst gut inhalieren. Und ganz ehrlich, mich stört die Soße, weil unsere Soße, der Burger ist noch mal besser. Das heißt, so ein gutes Brilloche. Weich, habe ich schon gesagt, wolkenartig. Ja. Aber kann ich jetzt nichts Besonderes zu sagen. Einfach ein guter Standard Brilloche. Standard Brilloche, das höre ich nicht gerne. Ja, also ein guter Standard, sage ich mal. Okay. Hört sich besser an, ne? Bin ich mit einverstanden. Du bist ja ehrlich und fair. Und Leute, übrigens, wir haben Viertel nach zwei der Nacht. Wir haben schon drei Videos für euch produziert. Und macht mal einen Daumen nach oben für die ganze Arbeit. Einfach drauflegen und plattdrücken, oder? Einfach drauflegen und plattdrücken. Ich würde dir empfehlen, entweder auch für zu Hause. Man nimmt ein Backpapier und macht das damit. Oder jetzt nochmal hier ein bisschen einölen. Und dann plattdrücken. Sonst bleibt alles hoffnungslos kleben. So, ich gebe dir, was willst du haben? Vakufrott, Öl oder Fetttrennspray? Ich glaube, dafür ist das Fetttrennspray ganz gut, oder? Auf jeden Fall. Dafür ist es da zum Tränen. Damit nichts kleben bleibt. Ich gebe mir das einmal kurz, weil dann würde ich einmal hier... Und dann werde ich jetzt ein paar Scampis machen. Das hört sich gut an. Man kann diese verschiedenen Temperaturzonen, so wie wir es eben gemacht haben beim Burger, Fleisch streckt an die Flamme, Brötchen ein bisschen weiter weg. Immer so nutzen, wie es gerade ist. Jetzt gerade haben wir es wieder hochgeheizt. Vorher war es etwas runtergekühlt, weil wir eine kurze Pause gemacht haben. Jetzt ist die Platte nicht wieder so ganz heiß. Das heißt, ich mache die jetzt hier auch direkt am Feuer. Ich hätte fast gesagt, last but not least, aber ich glaube, dann kriege ich wieder wütende Kommentare, weil wir werden jetzt noch Salat grillen. Leider. Will ich einfach mal zeigen, dass wir wirklich alles auf so einer Feuerplatte machen können. Unter anderem auch Salat. Die äußeren Blätter hier haben nicht mehr viel bekommen an Salat. Den mussten wir kaufen. Den Rest hatten wir eigentlich fast schon alles da. Aber den mussten wir kaufen. Und das ist ein Romana-Salat. Also Romana-Herzen oder Romana-Salat. Können wir jetzt einmal mittig durchschneiden und dann wirklich angrillen mit der Schnittseite. Und nachher schmieren wir uns hier so ein bisschen diese Limettencreme da drauf. Das wird sehr, sehr gut schmecken. Für Salat. Okay. Ich würde vielleicht sogar so ein bisschen Wagyu-Fett bei den Kartoffeln noch drüber machen. Das ist auch übrigens was, das habe ich jetzt automatisch gemacht. Immer, ich stelle mir manchmal was, wenn ich was wärmer haben will, einfach hier in den äußeren Bereich. Wagyu-Fett zum Beispiel fängt sofort an zu schmelzen. Das sieht man hier auch direkt. Genau. Wenn wir jetzt zum Beispiel sowas mit so einer Butter oder sowas wie eben mit dem Brot hatten oder mit den Burger Buns, einfach vorher hier hinstellen, dann wird es sofort warm. Ja, aber wie du sagst, eigentlich perfektes Spielzeug, um zu experimentieren. Und ich glaube, woanders wird man das nicht so schnell ausprobieren wie hier. Das ist richtig. Es gibt so viele schöne Sauereien, die man auch mit so einem Gerät hier machen kann. Grana Padano ist auch okay, oder? Klar. Was ist der Unterschied zu Parmesan? Du weißt ja so viel. Willst du mich testen oder weißt du es nicht? Nee, ich weiß es wirklich nicht. Ganz ehrlich, ich auch nicht. Du hast mich. Auf deine Kartoffeln bin ich gespannt. Ich mache mir jetzt hier eine Garnelen-Kartoffeln-Kombi. Noch eine Prise, so ein bisschen Salz noch drüber. Wäre perfekt gewesen. Haben wir vergessen. War trotzdem gut. Sollen wir Salaten anschneiden? Hast du schon mal gegrillten Salat gegessen? Nee, wieder mal ein erstes Mal heute. Das Highlight, das Beste zum Schluss, der gegrillte Salat. Wir haben es bestimmt 10 Stunden gefilmt und das Beste kommt jetzt endlich. Nach dem Wagyu-Burger und so, ne? Wagyu-Burger, Schaschlik, Kazan und jetzt was ganz Exzellentes. Ich bin selbst gespannt, weil mit dieser Soße habe ich ihn noch nie probiert. Es ist und bleibt Salat. Mit der Soße als Beilage aber eigentlich ganz okay, ne? Ein schönes, saftiges Steak dazu. Kleines Mesh-Potatoes, dann geht das. Das Schöne am Abschluss des Videos ist, die Feuerplatte ist dreckig. Sie war am Anfang des Videos dreckig. Die Reinigung haben wir schon gezeigt und die machen wir beim nächsten Grillen wieder. Aber jetzt nicht. Denn das Teil bleibt einfach so. Das bleibt so stehen und am nächsten Mal können wir es wieder sauber machen. Und ich hoffe, das Video hat den Zuschauern gefallen. Ich hoffe, auch mit dir hat es den Zuschauern gefallen. Natürlich nicht nur hier ein Abo und ein Like da lassen, sondern auch bei ihm mehr tatsächlich sehr interessante Videos. Vielleicht kommt da in Zukunft auch noch mehr. Das können wir gerne in den Kommentaren erfahren. Könnte ich mir gut vorstellen. Genau. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao. Also mir hat das Kochen mit der Feuerplatte viel Spaß gemacht und ich habe mir jetzt dabei schon so ein bisschen überlegt, dass mir auf jeden Fall auch eine zulegen werde. Also Leute, auch bald bei mir auf dem Kanal Content mit der Feuerplatte. Ansonsten noch Ciao und wir sehen uns hoffentlich bald. Ciao zusammen.